Hinter der Long sind drei Tänze, oder fünf, fünf, dann hast du noch eine Tänze. Von dahinter folgt dann der Photoshop. Vor allem der Sack, der hat so in Formel 6 irgendwas geschrieben, als die Haare einfach passiert haben, hat sich bekommen zu Hause, ne? Und der hat sich nicht gemeldet. Und da sitzt eine drinnen mit einem Champagnerglas, eine Figur, unten zum Stehtisch daneben, und hängt wieder mit dem Champagner drinnen. Und dann kannst du dich in der Hänge setzen und fotografieren. Jetzt geht es gleich auf die Straße. Jetzt geht es gleich auf die Straße. Untertitelung des ZDF, 2020